Nur ganz kurz, die Winterreifenpflicht für uns Motorrad- oder Rollerfahrer gibt es seit diesem Jahr, also seit 2017, nicht mehr. Wer jetzt gar nicht wusste, dass es die überhaupt gab, ja doch, die gab es seit 2010, hat nur keine Sau interessiert. Das bedeutet, wir dürfen jetzt im Winter wieder trotz Schnee, Schneematsch oder auch bei vereisten Straßen ohne Winterreifen Motorrad- oder Motorroller fahren. Aber es gibt natürlich Einschränkungen. Erstens, es gilt eine besondere zusätzliche erhöhte Sorgfaltspflicht bei winterlichen Verhältnissen. Das soll eigentlich nur heißen, wenn die Kälte so richtig ballert und draußen Schnee liegt, wenn die Straßen also voller Schneematsch oder sogar vereist sind, dann dürft ihr offiziell nicht mehr nur zum Spaß durch die Gegend fahren. Zur Arbeit, zur Schule oder in die Uni, ja. Ja, aber sich nur mal so zum Spaß eine Runde den Pin in den Arsch frieren, das fällt aus. Zweitens, ihr dürft bei den eben genannten winterlichen Verhältnissen auch nicht fahren, wenn ihr euer Ziel auch problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen könntet. Drittens, wenn ihr dann doch fahrt, dann muss der Mindestabstand zum vorherfahrenden Fahrzeug jetzt mindestens eure halbe Tachogeschwindigkeit in Metern sein. Wenn ihr also mit, sagen wir mal, 50 kmh hinter einem Auto herfahrt, dann müsst ihr mindestens 25 Meter Abstand zu diesem Auto lassen. Und bei 50 kmh kommen wir dann auch schon zu der vierten Neuerung. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit, wenn Schnee liegt, wenn die Straßen voller Schneematsch sind oder wenn sie vereist sind. Die liegt nämlich bei exakt 50 kmh, egal wie viel Kubik, egal wie viel PS. Und das auch auf Landstraßen oder auf der Autobahn. Das sind die gesetzlichen Änderungen, die seit dem 01.06.2017 in Deutschland gelten. Allerdings, ehrlich gesagt, wenn die Winter weiter so mild sind wie die letzten Winter, dann sehe ich da eh kein Problem für uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Und nicht vergessen diesen Kanal zu abonnieren und ihr könnt mir auch wieder einen Daumen nach oben dalassen, wenn euch das Video zugesagt hat. Bis dann, tschüss. Tschüss. Dann, tschüss. Vielen Dank.